So, wir sind wieder da. Was haben wir? Wir haben nichts. Was hat eigentlich zuletzt getan hier? Also einfach da auch leer. Also, ich habe das Spiel einfach knallert abstürzen lassen. Aber ein Feature, das wir bis jetzt noch nicht hatten. Ich meine, das ist unser Elam-Doch-Schwert ja behalten geblieben. Ah, perfekt. Oh Mann, Grundschaft. Es wird direkt ansteuert, was wir wollen. Äh, Gesundheit, dann brauche ich Schlangenbisper. Ah, ne, gerade nicht. Feuer. Oh. Wasser. Äh, wo ist meine Wasser? Geändert. Gesundheit. Oh. Schlange. Hat doch Preisunterdrückung geschafft. Hö, 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 hö. Äh, hö, hö. Uh. Heiliges Wasser. Lopft doch. Feuerklaß, da könnte ich ja. Ach, kann mal hier die Römer äh, von Reinstone 2. Gold. Oh, da kann ich schon kaufen. Oh, da kann ich schon kurz schmähen. Der Griff ist interessant. Mehr hat er nicht. Die Burg. Kann ich nur Gold und Silber kaufen, da, 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 da wäre es? Irgendwie enttäuschend. Geh schon zur Mine hin. Ja, das... Doch, da, 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 da ist ein bisschen durch, wo ich da aus der Burg bekomme. Ich denke jetzt ja. Jetzt bin ich in der hohen Liga. Was ist da? Da bekomme ich ein Ramsch. Von wegen Oberliga bei der Burg. Ramschbude ist es. Oh, Pokémon an. Da bekomme ich noch ein schönes Achtefakt hier oder zwei. Und schnell ist eins da. Und so eins dort. Wieder da. Viel Disco, aber nichts Satziges. Unterwegs. Ich komme. Ich habe ein Teufels von Ilando. Da musste ich schon investieren. Ich bin ja hier kein Billiger. Schmied mehr. Ha, ha, ha. Warten wir nochmal die große Dinger. Ne, nicht die Klaube. Äh, Zahn. Bussche oder so. Also glaube äh... Lies wäre... Vier und Rot. Sind dann für Altach. Noch mehr für Altach, oder ist das alles hier für den Go, drin? Das sind nur die paar Dinge, also. Du kommst da, du kommst da, ich sag, du kommst da, so, ich kann deinen Platz, und dann einmal ein Kreuzchen hier, sollte jemand Interesse bekommen. Ich brauche mich schon zu sagen, dass wir ziemlich viele aus der Minischung geholt haben. Ah, mein verbatterter Schleifstein ist da. Vielleicht hat bei der nächsten Kunde wieder so eine Mitrilmine. Aber ohne Mitril. Ich gucke einfach, ob wir da so eine Fundkrube bekommen. Oh, ein Neuenfangzeit. Und Skalatgriff. Wieder mal auf Billiggriffe rumgehen wollen. Können wir sagen, wohl reichlich mit starken Armgriffen wurde das aus der Mine rausgehammert. Handwerk. Ah, wie kann man die Mine eigentlich hier erschöpfen? Oder bleibt das elendig lange weitergehen, bis... Wir müssen mal so eine Tat von, ich bin jetzt 20 Kilometer hier am Laufen für, äh, zum nächsten Block zu gelangen. Kohle. Wir haben wieder ein Herzschmerzen. Ah, wie perfekt geht dein 20s? Hallo? So, was habe ich? Das Ding. Verkauf. 6,650. Perfekt. Ich werde, äh, nichts, was ich mir anschaffen werde, den verdammten Möller noch. Kannst du ja nicht vielleicht hinten in die Wand reingefallen haben lassen. Die Stäbe habe ich irgendwie nicht gefühlt, oder? Aber da, äh, je, die habe ich immer so manual verkaufen müssen. Und Nachfrage war auch nie da. Das Elendorf, das Gold. Mal weil ich schon genau verkaufen werde. Mal. 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 Ich dachte so, irgendwo so ein lokalen, äh, äh, Hexenlokal gibt, wo ich die Dinge einfach dann, äh, durchverkaufen könnte. Nö. Geht halt dann gleich im Möll. Das Möllheimer. Ich kann ja nicht alles haben. Na, da haben wir wieder unser Eisblock. Ich möchte jetzt hier wieder reinkommen. Nehmen wir den Eis. Krestal. Den nehme ich gerne mit. Da ist ein Grafikfehler. Da ist der Mithril. Da brauchen wir gerade nicht. Haben noch ein bisschen vorrätig. Kohle? Kohle geht immer. So. Kohle geht immer. Das war mein flotten Ausflug. So. So. Nimm ihn. So. 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 Ich glaube das ist, weil ich mit Sachen versuche rauszugehen. Aber. Ich würde sagen. Das war mein flotten Ausflug. So. 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 Das war mein flotten Ausflug. So.